Wo geht's hin? München, Regensburg und dann fangen wir nach Halle, Anne Saale. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Kite, der hört sich ganz schön verschnuppert an. Christoph, bei dem geht halt auch irgendwie dann immer doch. Jetzt warten wir nur auf Anton hier. Schön noch eine Runde ab, ja. Hey, komm mal rein jetzt hier. Wie ist denn los jetzt? Wir haben Käse gegangen und er hat sogar noch Syphilis. Und kleine Pimmelchen. Jetzt mal schön, weil viel Fleisch im Mund hat. Wurst im Mund, ganz viel Soße drauf. Jaaaa! Überraschung, es gibt kein Heidling. Wir hören bei uns am Start. Das sind heute München. Part 1, Bivo, Anton. Aber man hat ihn gehört. Der Mond ist der Bayer. Jaaaa! Ein Bayer trinkt keinen Kohl anirrt. Ein Bayer trinkt ein Bier. Er hat eigentlich keinen Duscht anirrt. Aber eine treibt die Gier. Jaaaa! Zum Schicksal, T-Modun! Juv, Juv! Juv, Juv! 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 Juv, Juv, Juv! Juv, Juv, Juv! Man braucht nicht als als erstes, gleich zum Abend, die es aber U-tile-Gener Die Nachtgiergebäude Hinsichtlich der Rheinland, ist ein Unüberführer Stimmig samm Text oder ein Bild ein Schirkest an, aber was will er Beziehungsweise immer geschaffen und friedlich nicht Seine Gruppe für die Gnicht Echt nass, aber trotzdem nach vielen nicht Einfach nur hier für die Schwierbar Aber die Nachdenkletz-Dewer Was die Stimme stammt, die man nicht in der Welt Jetzt geht es um Schau und kommt raus und zuhört, 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 zuhört. Können wir jetzt rauchen? Auf wen waren wir? Auf Kalt? Warum? Neue Pimmels? Neuer Tag, neuer Mess? Regensburg. Mike, Stimmung? Super. Vivo, wie findest du denn die Tour bis jetzt? Heineken. 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 I want to buy a Heineken. 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 Ciao. Heineken. Föhnisch. Heineken. Heineken. Ich hätte gerade fast so krass deine Kamera zertreten. Ich hör mich zu, ich glaub, ich schaff der Lerow. Ich bin nicht der Rapplik, was ihr ertragt euch doch auch kaum. Jo, ihr versteht euch doch auch kaum. Und der Planet dreht sich weiter. Ein neuer Sprich auf dem Anband. Das kennt ihr mir im Leben noch. Was geht? Ähm. Wie war das? Äpfel. 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 Warte mal. Der, 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 der. Fast. Fast? Fast? Aber bei ihm, ne, der Finger fehlt. Die beiden Finger fehlen. Mach mal kurz so. Oder so, halt die Finger. So, dann können wir hier so. Sonst erkennt man dich nie wieder. Hier so, die Finger so. Ne, hier so. Bauch ist voll. Begessen. Jetzt geh ich pissen. Das ist voll ekelhaft, was ich erzähle. Ich bin voll widerlicher, ekliger Punker-Typ. Aber meine Freunde sind auch alle ekelhafte, besoffene Punker-Typen, die nicht geschlafen haben. Ja, sag uns nix rauchte, könnt du nicht nehmen. Nüchternd. Nüchternd. Hau nur das nimm dabei. Lüchternd. Aus' estou'anos Deus, Lux basket. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht gar nicht gut aus. Ja, Sjord, Chroma am Start, alter, aus Halle. Heute Support beim Machen-One. Ich freue mich mega und hoffe, dass heute alles gewaltfrei über die Bühne geht. Auf gar keinen Fall. Halle, muss ich sagen, bisher kam ein wenig zurück. Also wir haben alles gegeben. Wie saft schon. Wie war die schon? Wie saft. Habe ich gemerkt, doch Gott. Komm, komm. Trink ruhig, trink ruhig. Der größte Fahrer nicht da. Äh. Wup Wup. Wuuu. 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 Wuuu.